Hallo und herzlich willkommen zu MrLoopzock Procycling Manager 2023. Heute mal mit einem Tutorial Video und zwar wollen wir uns heute mal anschauen, wie man Änderungen auch in dem laufenden Spielstand an der Datenbank vornehmen kann. Dazu habe ich mir jetzt einfach mal meinen aktuellen Spielstand von Bora Hansgrohe aus der Karriere gepickt. Wir sind gerade hier am 2. März und was wollen wir denn eigentlich so machen? Ich zeige euch mal ein paar Funktionen. Es gibt eigentlich so gut wie nichts, was man nicht mit diesem Editor verändern kann, aber schauen wir uns das im Detail mal an. Als erstes braucht ihr mal ein Programm, den PCM Fast Editor. Es gibt sicher noch andere Editoren, aber das ist so der, mit dem ich hier immer arbeite. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Was man als erstes machen muss, ist hier oben die Database reinladen. Wenn ihr da nicht wisst, wo ihr den Spielstand von PCM finden könnt, kann ich euch das auch nochmal schriftlich irgendwo aufführen. Aber hier ist es jetzt so Open Database. Dann öffnet sich euer Fenster. Ich habe den Pfad jetzt schon ausgewählt. Da oben seht ihr es bei mir mal exemplarisch, wo ihr das findet. Bora, Edit. Dann lädt er das hier rein. Das dauert erstmal einen gewissen Moment und dann können wir da gleich mit Weiter Spielereien machen. Wichtig ist, dass ihr währenddessen nicht in PCM in diesem Spielstand gerade drin seid, sondern geht einfach ins Hauptmenü oder sowas zurück. Dann haben wir hier eine Vielzahl an Sachen, die man so machen kann. Ich habe ja gesagt, es gibt eigentlich nichts, was man nicht ändern kann. Haufenweise Angaben. Die Frage ist nur, man muss wissen, wo man das ändert und wie. Was wollen wir jetzt eigentlich mal machen exemplarisch im Fall von Bora? Aber, ach komm, transferieren wir doch einfach mal Tadej Pogacab da noch hin. Warum nicht? Wie geht man das Ganze an? Wir haben hier links Cyclists. Da muss man den Typen erstmal finden. Hat hier verschiedene Filtermöglichkeiten. Würde ich empfehlen, Last Name, First Name oder Team. Irgendwas, wie ihr die Person finden könnt. Pogacab, die Schreibweise ist hier jetzt auch. Egal, ob groß oder klein. So, Tadej Pogacab, da kann man jetzt alles Mögliche zu der Person ändern. Nicht nur, was weiß ich hier, Wert. Ich gebe dem jetzt anstatt BRK 81 eine MO Mountain. Gebe ich dem eine 99 oder ich ändere seine Lieblingsrennen. Alles Mögliche könnt ihr da machen. Aber wir wollen jetzt ein Team ändern. Team, UAE, Team Emirates. Dann habt ihr hier eine Liste mit allen Teams, die es in der Database gibt. Ich kann dem auch keins geben. Dann ist er vertragslos. Hier ist die Reihenfolge immer ziemlich wild. Da müsst ihr echt genau gucken. Bora, Hans Krohl. Zack. Fertig. Das war es aber noch nicht ganz. Denn sein Vertrag muss auch noch angepasst werden. Dazu haben wir hier Cyclist Contracts. Dann sucht man da zum Beispiel nach dem Cyclist. Auch hier können wir sagen Pogacar. Gibt nur einen mit dem Namen. Da steht natürlich noch Team UAE Emirates. Auch hier bauen wir Bora, Hans Krohl rein. An der Stelle sieht man dann auch, hier kann man Period Wage, also sein monatliches Gehalt, das was ich bei Bora ja auch bei dem einen oder anderen angepasst habe, zuletzt in meiner Karriere, kann man hier auch ändern. Wir machen das zum Spaß einfach auch mal. Sagen wir mal 250.000 oder so. Und wie hier end, wie lange der Vertrag läuft. Bei UAE war jetzt 27 hinterlegt, sagen wir mal bis 2030. So, das Verfahren. Warum denn nicht? Dann würde ich jetzt noch immer empfehlen, weil er manchmal bei mir den letzten Schritt irgendwie nicht so richtig abspeichert. Noch, wir sind jetzt eigentlich fertig, könnten es speichern. Noch einfach irgendeine Änderung vorzunehmen. Was weiß ich, ihr könnt jetzt hier eben kurz die Null rausnehmen und wieder reinschreiben. Und dann Database, Save Database, der speichert das jetzt einfach drüber. Wichtig ist, der überspeichert jetzt den Spielstand. Also seid euch dessen bewusst. Ich habe jetzt extra einen dafür angelegt. Macht euch irgendwie eine Kopie von dem ursprünglichen Spielstand oder sonst was. Nicht, dass ihr da etwas überspeichert, was ihr nicht wieder rückgängig machen könnt oder so. So, Save. Dann dauert das natürlich jetzt eine Zeit lang, bis er das abgespeichert hat. Zack, und so sähe das Ganze dann in PCM aus. Hier oben seht ihr das schon. Bogata ist am Start. Gehen wir da mal drauf. Mit Bohrer-Trikot. Hier, Vertragsende 2030. 250.000 Euro. Das heißt, Fahrer von A nach B schieben. Vertrag ändern. Also das heißt Vertragslänge, Gehalt. Habt ihr da gesehen. Man kann auch die Rolle einstellen. Das ist ja leider in PCM ein bisschen intransparent, sage ich mal. Was meine ich damit? Wir sehen ja hier zum Beispiel, für die, die noch einen Vertrag haben, sieht man ja die vertraglich zugesicherte Rolle, deren Verträge jetzt auslaufen. Ja, toll. Keine Ahnung. Also auf dem Fahrerprofil kann man es nicht sehen. Das wäre mir neu. In der Datenbank ist es eh so, dahinter verbergen sich nur Zahlwerte. Wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid, einfach mal ein bisschen mit rumspielen zur Not oder im Internet recherchieren. Denn es gibt ja absoluter Teamkapitän, Kapitän, absoluter Sprinter, Sprinter etc. Und das sind alles unterschiedliche Nummern und dahinter verbirgt sich dann halt eine entsprechende Rolle. Also das kann man da auch beispielsweise ändern. Was können wir sonst noch machen? Wir könnten noch Änderungen am Sponsor vornehmen. Dyn-Sponsor und dann, ich habe das jetzt schon mal gemacht, könnt ihr hier zum Beispiel nach Name Bora suchen. Dann kriegt ihr hier Bora Next Gen. Das ist mein Development Team. Bora Hans Krohe. Die Region, die Hauptregion zumindest da. Es gibt hier auch viele Angaben, die im Spiel überhaupt nicht sichtbar sind oder vielleicht auch nicht so die Rolle spielen, die ihr alle in der Datenbank sehen könnt. Bis wann der Vertrag des Sponsors läuft, den könnt ihr euch auch quasi unendlich geben. Und da Value Budget, da könnt ihr das Budget anpassen. Hier am besten jetzt mal die Zeilen oder Zellen etwas größer stellen. Aktuelles Budget. Ja, die Zahlen sind natürlich nicht besonders leserlich. Da müsst ihr auch immer aufpassen mit den Größenordnungen. Wenn man das jetzt hier mal sich im Detail anguckt. Das sind nicht 11, also nicht 11.38.000 Budget, sondern 1.138.800 irgendwie so. Da stehen noch ein paar mehr Nullen dahinter. Müsst ihr mal, je nachdem was ihr hier für Angaben haben wollt, ein bisschen mit rumprobieren. Also hier haben wir Value Budget Min und das hier ist dann entsprechend Max, also das Mindest- und Maximalbudget. Man kann auch noch einstellen, je nachdem wie groß der Erfolg ist, wird das hier entsprechend erhöht. Das hier bezieht sich erstmal nur auf das Mindeste und Höchste overall, was Bohrer denn so allgemein haben kann. Wir nehmen mal einen vertragslosen Fahrer und schieben den mal irgendwo hin. Da muss man ein bisschen mehr machen. Und zwar nehmen wir mal Rob Stannard, sage ich mal. Den Australier, so den, wir schieben den jetzt einfach mal zu einem anderen Team, dann seht ihr auch mal, wie das da aussieht. Er war zuletzt bei Alpecie, hier kommen Jayco Alula, passt ja regiontechnisch, den schieben wir da mal hin. Jetzt haben wir hier aber das Problem, Contract, der hat keinen Vertrag mehr. Und der letzte, der ist auch nicht mehr hier drin vorhanden. Das heißt, wir gehen mal auf Cyclist Contracts und suchen einfach mal spaßeshalber nach Stannard. Und es gibt auch keinen anderen mit dem Namen, haben keinen Vertrag mehr. Ja, was machen wir dann? Jeder Vertrag hat ja eine ID. So, die sind hier durchnummeriert. Und wir sehen hier, es geht bis 4827, also 4827. Das heißt, was machen wir jetzt? Adden. Wir zügen einfach einen weiteren Vertrag hinzu und den ordnen wir jetzt unseren Fahrer hier. Oder weisen den unserem Fahrer hinzu. Natürlich ist es jetzt hier ein Haufen an Fahrern, den richtigen da durchzugehen. Aber man kann auch einfach zack da wieder Stannard eingeben. Es gibt nur einen Typen mit dem Namen, dann ist auch klar, welcher gemeint ist. Dann wählen wir das Team aus. Team Jayco Alula. Und jetzt geht es darum, die anderen Angaben hier auszufüllen. Previous Team ist das nächste. ID von Previous Team. Muss man nicht unbedingt was angeben. Ich meine, er wechselt ja jetzt nicht direkt von Alpecin zu Beiko, sondern 0. Er hat halt kein Team. Die anderen Angaben müssen wir dann noch machen. Sagen wir mal, keine Ahnung, er kriegt einen Gehalt von 5000. Hier beginn 0. Das heißt einfach jetzt. Man kann hier auch zum Beispiel sagen 2025 oder sowas. Das heißt, man kann in der Datenbank auch zukünftige Transfers schon mit einbauen. Aber das wollen wir jetzt an der Stelle mal nicht machen. Und geben dann mal an, was weiß ich, der Vertrag läuft bis 2025. Active Contract ist wichtig, das auf 1 zu setzen. 1 heißt ja in diesem Fall. Rolle. Keine Ahnung, was sich jetzt genau immer hinter den Zahlen verbirgt. Also ich weiß sie nicht aus dem Kopf. Jetzt geben wir dem einfach mal die, keine Ahnung, 5. So, dann ist jetzt aber auch wichtig. Hier ist der Vertrag angelegt worden. Jetzt muss man tatsächlich einmal speichern und das Programm beenden und neu starten. Das heißt, ihr speichert jetzt die Database ab. Dann schließt ihr einmal den Fast Editor, startet den neu. Nochmal die Datenbank reinladen. Denn wenn ihr das nicht macht, werdet ihr gleich sehen, ist der neue Vertrag nicht richtig angelegt. Den könnt ihr dann nicht auswählen. So, dann gehen wir wieder auf Cyclists. Last Name. Standard. Und hier, dem hatten wir ja schon das Team Jaco gegeben, aber der hat noch kein Contract. Contract, zack. Und hier könnt ihr quasi alle Contracts auswählen, die wir im Spiel haben. Jetzt scheißegal, an welcher Reihenfolge das steht. War gerade eben ganz unten. Die Sortierung war anders. Deswegen steht das jetzt hier so. Aber die 4828, das ist ja der neue Contract für Rob Stannard. Ansonsten habt ihr halt einen Konflikt, wenn ihr jetzt einen Vertrag von irgendeiner anderen Person auswählt. Dann ist sie ja zweimal vergeben. Das wollen wir ja nicht. Hier laden wir also den ganz neuen für Rob rein. Und zack. Datenbank abgespeichert. Spielstand wieder in PCM geladen. Und schon sehen wir Robert Stannard. Ist jetzt Teil vom Team Jaco Alula. Hier rechts seht ihr die Angaben. 5000 Gehalt hatte ich eingestellt. 25.000. Bam. Fertig. Ja, das waren mal so ein paar Funktionen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Gegebenenfalls kann ich dann auch nochmal ein weiteres Video machen. Das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das Tutorial war für euch hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mr. Loop zockt. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.